Yo, das ist das Neue, Farbfroh Neue, Farbfroh Neue, Bloxy, let's play. Meine Eins hat verpasst, ja scheiße. Echtig toll, oh, jetzt habe ich verpasst die, ja, Sniper muss ja auch nicht direkt sein, aber, oh, der, der hat auch schon direkt, was hat der, das ist nicht selten, oh, die habe ich einmal auf dem anderen AKK gewonnen, AKK, habe ich ihn auch mal ausprobiert, den Sniper selten, ne, deutsch, und dann, dann hatte ich ihn zwar nicht, aber, das Gute ist, ich kann ja bald mehr Picken-Winnen zocken, und dann kann ich mehr Picken-Winnen, ach komm, dann, dann schnappen wir uns die jetzt mal, blub, 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 so, so, also heute mal eine besondere, epische Runde zum Schneipen, ach man, ey, dieser Rückstoß, da kennst du da nicht nach oben, jetzt habe ich einen Ohrwurm, also wir sind noch bei dem, äh, am selben Tag der letzten Folge und der fünf Folgen auch darauf vor, glaube ich zumindest, ne, also mit der hier jetzt, ja, wenn ist es angeschossen, der Fighter, so, mal ist der, mh, das Breaktrend ist der, ach, so komm ich hier nicht raus, Lechila hat sich gerade eingeloggt, der Lechila, ich sag das immer so gerne auf Japanisch, nice, nein, reicht noch nicht, verdammt, aua, ja, also die Map ist einfach nur episch geil, ich habe einmal drauf, let's play it, mit Magic Dream, das war an, damals, als ich Magic Dream kennengelernt habe, was ist eigentlich mit dem, wieso sehen wir die nicht mehr, nein, man, ey, die Map ist dazu gedacht zu sterben, sagen wir jetzt mal so, komm, wir haben noch nicht genug Gravi, boah, ich komm gar nicht rüber, ey, so ein verdammter Scheiß, ich habe schon minus 20 mehr gemacht, äh, mit Gravitation, wisst ihr ja, wie das hier geht in Brickforst, da sind die Gravitationsteile eben, musst blau hinstellen, um, äh, erstmal ganz viel Minus Gravitation, ach, ganz viel Plus Gravitation da zu haben, die Minus kann sich dann wieder ausgleichen, wenn, nein, die Gravit, user joined your channel, die Minus Gravitation, wenn man dann die gelben in Glas setzt, dann kann man zuerst am Anfang des Spiels halt noch normale Gravitation haben, solange man die noch nicht abschießt, aber das wissen die meisten ja eigentlich, ja, mindestens hab ich ja, ey, du Steelers, ja, Orion, äh, Orion wär jetzt auch nicht schlecht, kommen wir gleich mal, oder, oder noch viel, viel besser, schnell, 3, 2, 1, haha, au, ja, ist klar, war super, ja, solange sie auf dem Schiff sind, nein, 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 Manno ey, ich hätte gut reinschießen können, hätte der schneller nachgeladen, Manno, aber ich bleib mal kurz dabei, bloxy, gie Saud up Ich schieße die ganze Zeit auf den Kopf, weil ich habe gerade hier Hitlacks, ey. Bloxy, aaaah. User left your channel. NEIN! Es ist NEIN! Nein, Schuss nach oben gepfeffert. Das dauert aber auch schön. Da ist einer. Boah, hier kommt einer bei mir. Basuka ist hier richtig schlecht. Vor allem so, wie ich jetzt hier getroffen werde. Noch mal ein bisschen schneipen. Geile Dinger, ne? Aua. Backe. Ach komm, das ist doch jetzt nicht... Eaja, ernst. Ich reiß gleich wieder die Tabulator-Taste raus. Ich kann nicht mehr gucken. Olilon. Die ist schön für präzise Dinge. Aber ich bin halt schön für schlechte Dinge. Ich bin nicht fürs Gute gemacht. Ich bin heute der Bösewicht. Und ich laber scheiße. Ja. Also ich habe nicht bessere Waffen zur Auswahl. Wir können auch hier ein bisschen nouben. Ich könnte auch die Raketenwerfer nehmen. Aber mehr habe ich auch nicht zu bieten. Dafür ist Basics. User disconnected from your channel. Heute, ne? Au, au, au. Wir schleipen mal heute wieder. Ey, nicht wundern, dass ich keine Kills mehr mache, ja. Nicht mehr wundern, dass ich heute richtig schlecht bin. Ich habe heute zu viel gezockt. Ah, nein. 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 Ja, wir spielen drei gegen drei. Ja, jetzt habe ich auch schon meine Kollegen gesehen. Nein, nein. Ich konnte nicht widerstehen. So. Ja, wie siehst du, besser als nichts heute mal. Oh. Ah. Sorry. Geht in die Homme. Den habe ich nicht gesehen. Ich nicht mögen. Geht in die Homme. Geht in die Homme. Da kommen Eier geflogen. Geht in die Homme. Also, Hauptsache wir haben Spaß dran. Das nimmt die gute EGD wieder von der letzten Runde weg. Sagen wir jetzt mal besser gesagt vor. Letzte Runde. Letzte Runde war ja eine Katastrophe. Heute die 167. Folge, ne? Darauf feiern wir mal ein, äh, ein Anniversary. T. Woo. Ja, ich lasse es jetzt aber mal mit Instant-Button und... Ne, Ploxy? Ah. Oh. Erkampfschnell, du. Ich mit Sniper da rein, ich weiß auch nicht. Warte, einer. Die sind... Was sind die? Ich wollte eigentlich sowieso Orion nehmen. Einfach auch... Und ich fall runter. Kannst du ja vergessen, die Map. He. Weiß nicht mal mehr, wer die Map gebaut hat, aber die ist auch bekannt seit Season 2. Wir haben heute nicht so viel zu reden, ne? Du hast aber auch einen anderen... Du hast einen anderen Kopf. Du hattest früher den anderen Kopf, ne? Ich, oder was? Ja, du hattest mal einen anderen Kopf, ne? Das Blöckchen. Ah. 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 Oh. Oh. Ah, Mann. Das ist echt... Die alle mit der Orion spielen, ne? Ja, aber... Dass ihr alle so seltene Waffen habt, seit... Als, äh, es noch so was im Angebot kam, habe ich mir natürlich nichts kaufen können. Und auch kurz für Frostpunkte, das Geld hatte ich natürlich nichts Aber ich kam auch nicht mehr zu irgendwas Gott, ihr geht da durch den Arsch Ich wünsche, ich hätte das nicht gemacht Ja, Spaceit macht schon Fun, wenn man hier so rumjumpen will Da haben sie aber auch schon viele Maps gebaut Ich meine, jeder kann seinen eigenen Map bauen Mindestens drei Das Spiel bietet viel da, aber Es ist halt viel Pay Ja, wir spielen mit verschiedenen Waffen, du Ich hoffe, euch gefallen immer noch meine Intros Und meine Thumbnails Ich weiß auch nicht, wieso Thumbnails, ich mach die ja immer Muss ja sein Füge ich mich ein, füge ich Ploxy ein Also, macht dir nichts aus, wenn ich dich dann auch auf die Thumbnails packe, Ploxy Ich hab dich hier mal fotografiert Nein, lass es Nein, aber wundert euch nicht Denn ich hab ja schon die letzten Runden mit Ploxy let's play Dann könnt ihr das ja in der Folge hier von mir gerade aus meinen Worten hören Da packe ich den Ploxy vielleicht auf die Thumbnails Da hat er vielleicht noch seine andere Kleidung Obwohl er jetzt vielleicht in Videos dann diese Weltraumgeschichten anhat Den Pulli Jacke, Weltraumjacke, genau Ah, Mann Mit Nahkampf wäre das jetzt was geworden Da will man einmal so zum Nahkampf, dann holt man sich das Ei Ja, jetzt hab ich ihn getroffen, der zählt nicht mehr, ne? Ach, egal War ne schöne Runde mit dir, Ploxy, ne? Da haben wir uns wieder gefreut Also, danke, dass ihr eingeschaltet habt Da könnt ihr direkt einen Daumen hoch geben Äh, hab ich bei mir auf dem Video ausgeschaltet Wegen den ganzen Hatern und so Ja, ähm, danke für die Map Und Punkt, Punkt, Punkt Und bis zum nächsten Mal Sagt, was ihr sagen wollt Wir melden uns dann Nichts Tschau Ja, da unten Vermittt Ja, so